Okay, dann herzlich willkommen zum heutigen OKR-Lunch. Heute geht es um das Thema in zwölf Schritten zur OKR-Einführung in Unternehmen. Und als ich mir den Titel für den heutigen Lunch überlegt habe, war ich erst so, naja, eigentlich fünf oder sieben klingt irgendwie besser als zwölf, wenn man so in Schritten geht und klingt irgendwie einfacher. Und habe auch angefangen, diese fünf oder sieben Schritte aufzuschreiben und kam ziemlich schnell zur Erkenntnis, Mensch, das ist ziemlich Banane, was du hier tust, weil eine OKR-Einführung im Unternehmen ist irgendwie ein bisschen komplexer als das zum Sicht, das irgendwie mit fünf Schritten abbilden kann, so dass man daraus quasi wirklich noch was mitnehmen kann. Dann haben wir dann gesagt, okay, machst du mal zwölf Schritte. Das ist eher das, was es ist. Und bin auch wirklich drauf gekommen, indem ich einfach die Schritte aufgeschrieben habe. Und zum Schluss war es lustigerweise sogar zwölf. Da hat das dann ganz gut gepasst mit dem Dutzend. Ich möchte heute die Zeit nutzen. Ich hoffe, ihr habt noch alle was zu essen dabei, euch da ein bisschen durchzuführen. Ich habe auch ein paar Bilder und sowas mitgeprägt, damit ihr auch ein bisschen Feeling dafür bekommt. Ich schätze mal, ich brauche so circa 20 Minuten, um euch da einmal durchzuführen und würde danach einfach Q&A machen. Einfach nach Bedarf, dass ihr da noch Fragen loswerden könnt. Okay, da sind wir. Also in zwölf Schritten zur OKR-Einführung im Unternehmen. Und ihr ahnt wahrscheinlich, womit es eigentlich immer losgeht, ist das Thema Auftragsklärung. Das heißt, irgendjemand sagt, hey, ich würde gerne OKR im Unternehmen, im Team oder sonst was machen. Und ich gehe mal erst mal die Auftragsklärung. Die dauert auch in der Regel mindestens eine Stunde, meist eher so Richtung zwei, drei Stunden, um das wirklich mal richtig zu erstringen und zu verstehen. Also das ist auch was, wo ich wirklich Zeit investiere, weil ich vor allem herausfinden möchte, ob OKR das Richtige für das Unternehmen oder die Organisation ist und das nicht nur irgendwas ist, wo man mal gelesen hat, hey, das ist toll, sondern herauszufinden, ob das wirklich sinnvoll ist an der Stelle. Dementsprechend fange ich ja mal an so ein bisschen mit The Reason Why. Also wofür wollt ihr eigentlich mit OKR arbeiten? Welche Pain Points soll das Ganze lösen? Was hat sich verändert, wenn ihr OKR erfolgreich eingeführt habt? Das heißt, ich gehe quasi von verschiedenen Fragestellungen immer heran, herauszufinden, okay, warum wollt ihr mit OKR arbeiten? Was ist der Sinn und Zweck davon? Was erhofft ihr euch davon? Einfach, um es besser zu verstehen und eventuell auch sagen zu können, ich glaube, OKR ist nicht das Richtige für euch. Wie wäre es denn damit? So, das passiert auch häufiger mal. Wenn ich allerdings der Meinung bin, hey, das ist eine gute Sache, könnte potenziell was sein, dann frage ich halt so die verschiedenen Organisationsbereiche rein. Also ich frage so ein bisschen, hey, wie ist eure Organisation aufgebaut? Wie viele Teams habt ihr? Wie arbeitet ihr denn da zusammen? Wie sind die Prozesse? Wie sind eure Strukturen? Also ich gehe auch so ein bisschen das ganze Thema Governance einfach mit meinen Fragen rein, mit dem Ziel, den Kontext der Organisation einfach bestmöglich zu verstehen. Und dann gehe ich natürlich auch noch ein bisschen Mindset und Kultur rein. Also ich lasse mir sehr, sehr gerne ein Leitbild zeigen, wenn da irgendwas an der Stelle schon mal existiert. Auch sehr gerne schon mal Strategien, damit ich es für mich einfach so ein bisschen noch einordnen kann, wie es quasi auch an das Strategische oder den Strategieprozess mit angebunden ist. Und natürlich auch aufs Thema Mindset. Wie agil seid ihr schon? Was bedeutet das für euch? Wodurch zeichnet sich das aus? Also ich versuche, diese ganzen Buzzwords durch ganz viele Fragen einfach aufzulösen und schaue natürlich auch so ein bisschen drin, hey, welche Schlüsselpersonen gibt es denn da potenziell? Wen müssen wir denn da schon mal besonders mitnehmen? Beziehungsweise wen dürfen wir denn nicht verlieren? Um einfach ein besseres Gespül für die Organisation zu kriegen. Also ihr merkt, dieses ganze Thema Auftragsklärung ist für mich dafür da, um zu verstehen, wie potenziell ein OKR-Framework aussehen könnte, um der Organisation zu helfen, indem ich ganz, ganz viel Kontext verstehe. So, dafür ist das für mich da. Und zum Schluss mache ich dann meist schon gemeinsam mit dem potenziellen Aufreggeber so eine visuelle Erarbeitung der Vorgehens, so eine Art Roadmap, damit man das irgendwie schon mal konkreter hat. Also das ist immer so der erste Schritt. Und da nehme ich mir wirklich Zeit für, um das einmal richtig zu verstehen. Das kann auch in mehreren Etappen passieren. Kommt jetzt natürlich ein bisschen auf die Größe der Organisation an. Und wenn wir das gemacht haben und sagen, hey, das ist eine coole Sache, lass uns das mal angehen. Dann kommen wir hier zur zweiten Phase. Und das ist einfach die Befähigung des Leadership beziehungsweise des Kernteams. Also wir haben ja immer eine Gruppe von Menschen, die sagt, okay, wir starten mal, häufig sind da Führungskräfte mit drin, eventuell HR und so weiter. Deswegen sage ich so Kernteam, Leadership Team. Und die Befähigung dauert in der Regel drei Tage. Und Ziel ist, dass wir nochmal ganz klar die Entscheidung treffen können, ob sie wirklich mit OKR arbeiten wollen, nachdem sie es in drei Tagen nochmal tiefer verstanden haben. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und in diesem Training will ich auch schon entscheiden, wie, wer, wann und wozu mit OKR arbeiten soll. Das heißt, wir versuchen das einfach schon direkt auf die Organisation und auf ganz konkrete Teams und Personen zu übertragen. Also da so Butter bei die Fische, gell? Da muss es einmal konkret werden hier in dem Ding. Und dafür nutzen wir zum Beispiel auch, na, irgendwie hängt es hier gerade mit weitermachen, sehr schön, so OKR-Modelle. Das heißt, wir bauen quasi, schrittweise, ich zue mir gerade mal rein, wir haben quasi so verschiedene OKR-Modelle, wie man quasi OKR innerhalb von einer Organisation aufbauen kann. Und davon schauen wir uns verschiedene an, stellen die natürlich vor, mit Vor- und Nachteilen. Und vor allem bauen wir dann live daraus. Das heißt, wir schreiben hier dann halt rein, Abteilung XY, keine Ahnung, Marketing oder so weiter, gell? Und bauen dann quasi live hier raus ein OKR-Modell für die Organisation, um damit das ganze Thema schon mal zu konkretisieren. Und damit habe ich einfach sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und das würde ich euch auch raten. Ihr müsst nicht so machen, aber doch zumindest in einer konkreten Form, damit es nicht nur ist, wir führen OKR ein, sondern wir verstehen auch, was das bedeutet. Wir verstehen, welche Ressourcen und welche Kosten dahinter liegen, welche Menschen wir mitnehmen müssen. Also das ist das, was mir da einfach wichtig ist, wenn es hier um die Befähigung geht. Und dann auch valide sagen zu können, okay, wir haben den Mehrwert von OKR für unsere Organisation verstanden. Wir haben die Kosten einer OKR-Einführung für unsere Organisation verstanden. Und wir treffen bewusst eine Entscheidung, dies zu investieren oder auch nicht, was auch völlig fair ist. Das ist mir dann einfach ganz, ganz wichtig, dass das klar ist. Okay. Da an der Stelle, wenn ihr Fragen habt, schreibt die einfach zwischendurch gerne im Chat. Aileen ist da und wird dann quasi an mich weiter moderieren oder die Fragen da weiterleiten. Gut. Und wenn das geschafft ist und wir sagen, okay, es geht weiter an der Stelle, dann gehen wir ganz bewusst in den ersten Zyklus rein. Das heißt, wir starten halt dann mit diesem Kernteam. Wir nennen es auch häufig First Team. Starten wir quasi in einen ersten Zyklus rein. Also wirklich einmal drei Monate mit allem, was dazugehört, von Planning über Weeklys bis zu Review und Retro. Im Endeffekt, damit sie es einfach selber mal ausprobieren und auch so ein bisschen Vorbildcharakter haben. Zu sagen, okay, wir sind die Ersten, die es ausprobiert haben. Nicht die Kommunikation zu haben. Hey, liebe Mannschaft, wir als Führungskräfte haben uns was Neues, Tolles überlegt. Macht mal. Sondern eine Kommunikation zu haben. Wir haben da mal was Neues ausprobiert. Wir befinden das für gut und jetzt wollen wir das an euch weitergeben. Das ist eine ganz, ganz, ganz andere Kommunikation. Und sorgt natürlich auch dafür, dass die Führungskräfte-Mannschaft das wirklich einmal selber verstanden hat, weil sie es einmal drei Monate mit Peitschel, Blut und Freude durchlebt hat, so ein bisschen. Das ist die Grundidee dahinter. Also ein ganz normaler OKA-Zyklus an der Stelle. Was hier rechts in dem Bild noch ist, das zeige ich euch jetzt noch schrittweise. Deswegen mache ich es schon mal weiter und gehe in den vierten Schritt hinein. Und da kommt dann immer ganz viel Aileen oder mein Kollege Sepp zum Tragen. Dann geht es nämlich daran, das Leitbild zu schärfen. Mit OKA fokussieren wir uns ja auf etwas Größeres. Ob wir das Nordstern-Vision oder sonst was. Das ist egal. Wir fokussieren uns auf etwas Größeres. Wenn das Größere, worauf wir uns fokussieren, Moks ist, wird alles andere darunter auch Moks. Ganz simpel gesagt. Das heißt, wir gehen rein und challengen und schärfen nochmal das Leitbild. Das kann sein, dass wir uns anschauen und sagen, good job. So, und dann reicht das schon. Das kann aber auch sein, dass wir sagen, vielleicht müssen wir da nochmal ein bisschen rein, das nochmal ein bisschen schärfer zu machen, nochmal konkreter zu machen, nochmal mehr zu durchdenken. Und dafür nutzen wir sehr, sehr häufig die Methode Lego Serious Play. Das ist eine Methode, die einfach dafür da ist, um hochkomplexe Probleme zu lösen oder Lösungsansätze dafür zu finden. Und so kann dann zum Beispiel eine Vision aussehen, wie ihr hier gerade auf dem Bild seht. Da das natürlich erstmal nur richtig cool ist, um ganz viel Commitment und Alignment zu erzeugen, wir das allerdings noch in etwas Schriftliches transferieren müssen, haben wir danach meist Leitbild-Frameworks, dass man das zum Beispiel dann so machen kann, um das zu übertragen. Oder man arbeitet mit einer Vivid Vision, was ein anderes Konzept ist. Aber auf jeden Fall geht es einmal darum, Leitbild schärfen. Und wenn ihr in der Rolle seid, OKR bei euch intern einzuführen, würde ich euch das trotzdem raten, das anzustoßen. Selbst wenn ihr vielleicht nicht das Mandat habt, jetzt am Unternehmensleitbild mitzuwirken und zu arbeiten, ich würde euch trotzdem raten, das anzustoßen, sich das Leitbild anzuschauen und dann konkret zu sagen, diese Stelle, da ist es für OKR gerade unpraktisch, weil hier seid ihr viel zu unkonkret und wir können uns damit nicht fokussieren. Bitte schärft nach. Also das würde ich euch einfach intern an der Stelle dann raten. Ziel ist es wirklich, ihr braucht ein klar, verständliches, konkretes Leitbild, damit ihr euch fokussieren können. Und sowas wie, wir sind ein digitales Unternehmen der Zukunft, ist kein klares Leitbild, das schon mal vorwegzunehmen. OK. Sehr schön. Dann machen wir weiter einmal mit dem fünften Schritt. Und im fünften Schritt geht es darum dann, und ich zeige euch das gleich gerade nochmal in der großen Roadmap, dann Auswahl und Schulung der OKR-Coaches sowie der Pilotteams. Das heißt, wir gehen hin und schauen uns, okay, wir brauchen OKR-Coaches, die müssen wir einmal auswählen. Das kann man auch sehr, sehr gerne ausschreiben, um so Freiwilligkeit zu schaffen. Dann implementieren wir Feedback aus dem ersten Zyklus, starten die Pilotteams und machen eine fortlaufende Ausbildung der OKR-Coaches. Und ich zeige euch das einfach nochmal am Beispiel, um das konkreter zu machen. Das heißt, wo sind wir jetzt? Wir befinden uns gerade hier, also jetzt hier an der Grenze, einfach mal April, Mai, in diesem Beispiel. Und wir haben quasi den ersten Zyklus durch, vom Leadership-Team oder First-Team. Und jetzt gehen wir hin und sagen, okay, wir gehen mit Pilotteams weiter. Das heißt, wir suchen uns jetzt strategisch ausgewählte Teams innerhalb der Organisation aus, um OKR in die nächste Etappe zu bringen. Ziel der Pilotteams ist, dass die Pilotteams in 80 Prozent aller Schwierigkeiten, Herausforderungen und Hindernisse hereinlaufen, die wir haben werden, wenn wir OKR in der Organisation einführen. Also die müssen einmal in alles reinlaufen, damit wir das beheben können, bevor wir die große Masse mitnehmen. Das machen wir, um nicht zu verbrennen. Denn wenn wir mit einmal 500 Leute mitnehmen würden, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir Leute verlieren und verbrennen, weil wir nicht genug Kapazität haben und Ressourcen, um alles zeitgleich zu machen. Und OKR-Einführung ist komplex. Komplex lösen wir agil, also iterativ. Und genau das machen wir auch hier. Wir machen das Ganze quasi iterativ, suchen uns also strategische Pilotteams aus, in der Regel irgendwie so drei, vier Stück und ziehen das einmal durch. Zeitgleich, und das seht ihr hier unten, ist der, was ist denn das lila? Lila farbene Balken. Wir sagen, es ist lila. Da geht es darum, die internen OKR-Coaches einmal auszuwählen, weil das Wissen muss ja im Endeffekt in die Organisation. Das heißt, wir brauchen interne Coaches, die wählen wir aus und die befähigen wir schrittweise. Ihr seht, das ist ein ziemlich langer Balken, wie die hier befähigt werden. Die laufen nämlich mit, so als Shadows. Also die schauen uns ganz viel über die Schulter, wir begleiten die, wir reflektieren alles, was passiert, damit sie schnellstmöglich die Teams übernehmen können. Also es ist ganz, ganz viel so über die Schulter schauen, im wahrsten Sinne des Wortes, was den Coaches aus meiner Erfahrung sehr, sehr, sehr schnell hilft, wirklich in der Realität anzukommen. Und was wir nebenbei noch machen, neben dem Shadowing, ist, dass wir die Coaches natürlich noch in Einzelcoachings ausbilden. Das heißt, wir haben einfach eine fortlaufende Ausbildung der OKR-Coaches, in der Regel pro Woche irgendwie so 90 Minuten, wirklich ein One-on-One, wo es ganz konkret darum geht, eine individuelle Person zu befähigen, ein möglichst wirksamer OKR-Coach zu sein. Und ihr seht, wir haben hier so, ich habe einfach mal ein paar Blogs reingenommen, die hier häufig so drin sind. Es gibt ein paar Sachen, wo wir sagen, sowas wie Stärkenkompass oder Facilitation Skills oder du musst lernen, die richtigen Fragen zu stellen, um OKR-Spring zu arbeiten. Das ist das, was so gefühlt jeder OKR-Coach braucht, was wir immer mit drin haben. Und es gibt ganz viele individuelle Themen, die natürlich aus dem Stärkenkompass herauskommen, wo wir sagen, okay, das sind deine individuellen Herausforderungen, die du für dich lösen musst, um ein wirksamer OKR-Coach zu sein. Und ihr seht, das wechselt sich immer ab, quasi so ein Thema von uns, wo wir glauben, dass es sehr sinnvoll ist und ein individuelles Thema. Und dieses One-on-One würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, weil das einfach sehr, sehr nachhaltig ist und eine gut investierte Zeit aus meiner Erfahrung. Okay, also das ist dann so die fortlaufende Ausbildung der OKR-Coaches. Das läuft mit und ich zeige euch jetzt schon mal die nächsten Schritte. Wenn wir dann es geschafft haben, den nächsten Zyklus mit den Pilotteams abzuschließen, schulen wir gleichzeitig weitere Teams, implementieren natürlich das Feedback aus dem zweiten Zyklus und starten in den dritten Zyklus. Und auch hier gehe ich nochmal rein, um euch das zu zeigen. Das heißt, wir sind jetzt hier irgendwo im Juli angelangt, jetzt mal in diesem Beispiel hier. Das heißt, die Pilotteams sind quasi so am Ende ihres ersten Zykluses angelangt und auch hier entscheiden wir wieder, machen wir mit OKR weiter oder stoppen wir es hier? Wenn wir feststellen, hat es so gar nicht funktioniert, dann können wir stoppen. Ist mir fairerweise noch nicht passiert, dass wir nach Pilotteams wirklich gestoppt haben, ist aber eine Möglichkeit, nochmal schlank abzubrechen, weil wir die Organisation noch nicht verbrannt haben, sondern die Organisation, der Großteil der Organisation, die Grünen hier, haben bisher nur erfahren, jo, da wird OKR getestet. Mehr haben die noch nicht erfahren. Und dann können wir hier auch sagen, okay, wir haben OKR nochmal ausführlich getestet, jetzt seid ihr alle dran. Und ihr seht, dann haben wir ja auch wirklich hier ein gemeinsames OKR-Planning über die gesamte Einheit. Also, dass quasi nicht nur die ein Planning machen oder die, sondern die alle hier, das verbirgt sich dahinter. Und wir machen das auch wirklich meist gemeinsam in einen großen Raum, egal ob digital oder vor Ort, aber so dieser eine große Raum einfach als Konzept dahinter zu haben. Und dann nehmen wir die anderen mit. Und die OKR-Coaches, die wir hier ausgebildet haben, die die Pilotteams geschadowed haben, also uns zugeschaut haben, übernehmen die dann im Lead. Das heißt, die nehmen dann im Lead und mit den neuen Teams können wir entweder neue Coaches ausbilden oder die bestehenden übernehmen die auch. Da kommt es echt ganz häufig auf Ressourcen einfach an. Also generell, ihr müsst damit rechnen, dass ein OKR-Coach ein durchschnittliches Invest so in den ersten zwei Zyklen, wenn er noch selber viel lernen, von so einem Tag die Woche hat. Das allerdings gebündelt, weil gerade um den Zykluswechsel herum sind die Menschen gut ausgebucht und unter Zyklus an sich, ein Weekly dauert eine halbe Stunde so. Das ist jetzt nicht so viel. Also vor allem hier ist das gebündelt. Okay. So sieht es dann aus. Und da wollte ich euch auch noch ein paar Bilderchen mitbringen, dass es leider gerade etwas unscharf ist. Geht doch. So kann zum Beispiel ein OKR-Planning aussehen. Das waren, korrigiere mich, zehn Teams, elf Teams, irgendwie so der Spaß, die hier quasi gemeinsam geplant haben. Und ihr seht, das ist ein großer Raum. Die Leute stehen sehr, sehr dicht beieinander. Und wir haben kurze Wege. Und das ist so der Schlüssel beim OKR-Planning. Hab literally kurze Wege, um ganz, ganz schnell Informationen auszutauschen und einen hohen Grad an Selbstorganisation. Also Dynamik beim Planning könnt ihr euch so vorstellen. Man hat zwar ein Startteam, wo man anfängt, aber ständig ist mal einer da und mal einer da und mal einer da, um die ganzen Abhängigkeiten, die man hat, egal ob technische, fachliche oder Ressourcenabhängigkeiten, einfach schnell zu klären. Das ist ganz, ganz wichtig bei so einem Planning, dass ihr kurze Wege schafft. Und um euch das auch nochmal zu zeigen, wie wir sowas planen, wir haben quasi einfach Raumpläne für uns. Das heißt, super easy, ich zeichne mir einen Raumplan und das ist der Raumplan von dem, was ihr hier gerade gesehen habt. Ich überlege mir, welche Projekte haben die meisten Abhängigkeiten zueinander und die stelle ich auch bewusst nebeneinander, um ganz kurze Wege hier zu schaffen. Darum geht's. Also die Vorbereitung eines Planning finde ich persönlich immer da sehr, sehr wertvoll. Und es ist natürlich eine sehr coole Dynamik. Also das Feedback aus zwei solchen Tagen, was so ein Planning in der Größe meistens dauert, ist, boah, ich brauche jetzt einen Jägermeister. Das war verdammt anstrengend, aber es war verdammt geil und verdammt gut. Okay, Christiane, es müssen nicht unbedingt ein Jägermeister sein. Es darf auch ein anderes alkoholisches Getränk deiner Wahl sein. Aber manchmal braucht man schon was Härteres. Also die sind wirklich sehr anstrengend, sehr intensiv, aber das Feedback ist auch meist wirklich sehr, 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 sehr gut, weil sehr viel gedacht wird und sehr viel schon gelöst wird, wodurch wir die nächsten drei Monate einfach fokussierter mit mehr Klarheit arbeiten können, ohne ständig was anzupassen. So, das ist einmal die Grundidee davon. Und das Ganze geht natürlich auch digital. So könnte es zum Beispiel digital aussehen. Wir arbeiten dann sehr, sehr viel in Miro, weil man da auch sehr gut die Breakout-Sessions haben oder machen kann. Also mit Zoom dann, dass man sich aufteilt, dass man da sehr, sehr keine Angst davor haben muss. Wenn ihr da eine Vorlage für haben wollt, schreibt mir einfach, dann kann ich euch die mal schicken für ein digitales Miro-Board an der Stelle. Okay, und dann kommen wir quasi zum zwölften Schritt, den wir dann haben, nämlich, ihr kennt's, inspect, reflect und adapt. Ihr seid nicht fertig nach drei Zyklen. Nach drei Zyklen seid ihr aus meiner Erfahrung an einem Punkt, dass ihr langsam alleine loslaufen könnt. Nach vier Zyklen seid ihr an einem Punkt, wo es für mich alleine läuft. Das heißt, die Teams haben es soweit verstanden, das Framework soweit durchdrungen, die Arbeitsweise, dass sie für sich den Mehrwert auch wirklich erkannt und wirksam implementiert haben, dass das Ganze gut läuft. Trotzdem müsst ihr immer wieder anpassen, weil die Teams verändern sich in Dynamiken. Ihr kriegt neue Projekte dazu, Leute gehen, die ganzen Value-Streams dahinter ändern sich vielleicht mal. Also ihr müsst an der Stelle immer wieder inspizieren, immer wieder reflektieren und immer wieder adaptieren. Also da müsst ihr einfach immer wieder ran und nehmt bitte dafür Zeit. Und jetzt wahrscheinlich der wichtigste Tipp des heutigen Tages, habt einen Owner. Es braucht eine Person, die sagt, das ist meins, ich kümmere mich darum, weil sonst schläft euch das ein. Wenn ihr den Effekt habt, dass ihr sagt, nach einem Jahr, geil, steht und euch zurücklehnt, dann seid ihr nach einem halben Jahr wieder da und sagt, äh, funktioniert nicht mehr. Ähm, eben nicht, weil ihr es nicht könnt, sondern weil sich keiner darum gekümmert hat. Deswegen habt ihr immer ganz klar einen Owner und der braucht auch Zeit für. Das funktioniert nicht zu sagen, ja, ich bin schon bei 100 Prozent, ich mache das jetzt nebenbei noch. Nee, das braucht schon so 20, 30 Prozent eurer Zeit, je nachdem, wie groß die Organisation ist, gell? Okay, ähm, das einfach mal so als kleine, ja, zwölf, äh, Schritte-Guide zum Thema OKA-Einführung in Organisation. Ich habe gesagt, ich brauche 20 Minuten, um euch das Format vorzustellen und mache dann eine Q&A. Ich würde sagen, das habe ich ziemlich genau geschafft. Ähm, dementsprechend, ja, haben wir jetzt noch zehn Minuten Zeit, ähm, für eine Q&A. Wenn ihr noch Fragen habt, wo ich reingehen soll, was euch noch interessiert, auch aus eurem Kontext vielleicht, tab aus. Genau, im Chat waren schon direkt Fragen. Also, Robert fragt, haltet ihr die Meetings dann in Miro ab, wegen den Breakout-Rooms? Äh, wenn es digital ist, ähm, nee, das machen wir nicht in Miro, das machen wir meist in Zoom. Also, für die, es gibt ja auch in Miro die Möglichkeit, Meetings in Miro zu machen, äh, machen wir meist in Zoom, weil du es mit Breakout-Rooms einfach schneller lösen kannst. Okay, Robert gibt da auch. Dankeschön. Perfekt. Dann eine weitere Frage von André und Daniel interessiert es auch. Wie würdet ihr OKRs mit einem PI-Planning, beziehungsweise mit dem Safe-Framework-Verein? Ähm, jetzt ist die Frage, lebt ihr Safe, so wie Safe das vorgibt? Ähm, weil dann ist es eine relativ flanke Sache. Ähm, im Endeffekt, du hast ja mit dem PI-Planning denselben Rhythmus wie ein OKR-Zyklus von drei Monaten. Ähm, ein PI-Planning ist ja viel mehr auf das Thema Requirements, also im Endeffekt Funktionalitäten, Anforderungen, Requirements ausgelegt, ähm, und strukturiert sich ganz, ganz, ganz viel darum. Ähm, OKR hat ja nochmal einen größeren Blick, der es dir auch erlaubt, aus der Strategie im Endeffekt neue Themen abzuleiten, die, sag ich mal, nicht nur fachlicher Natur sind. Ähm, verbinden kannst du es aus meiner Perspektive relativ einfach, in der du erst mal sagst, okay, als übergeordneter Fokus für unser PI-Planning haben wir quasi Objectives. Ob du dann Key Results machst, das würde ich jetzt nochmal durchdenken, oder ob du nur den Gedanken der Hebel quasi mit in dein PI-Planning nimmst und zu sagen, was sind die wertvollsten Hebel, um meine übergeordneten Ziele zu erreichen. Ähm, ich würde euch jedoch da einen Impuls mitgeben, so diese Ziel- und Hebelgedanke von OKR schon beizubehalten. Ein Objective ist ein klares Ziel, worauf ihr euch alignert. Das ist quasi die Grundlage für das ganze PI-Planning, äh, beziehungsweise die Teams haben dann halt eigene Objectives. Ähm, und diesen Hebelgedanke, den könnt ihr dann nutzen, um im Endeffekt eure Requirements mit reinzubringen. Ähm, funktioniert aus meiner Erfahrung sehr, sehr ähnlich. Die Dynamik vor allem ist aus meiner Erfahrung auch sehr, sehr ähnlich, weil du sehr viel Selbstorganisation, so ein PI-Planning hast, sehr viel Kommunikationswege, die sich auf schnellem Weg lösen lassen. Und das für mich gleich, ähm, wo ihr halt noch eine Lösung für haben müsst, Entschuldigung, ähm, ist das Thema, wie ihr mit umgeht mit dem ganzen Thema Ressourcen. Ähm, also die Ressourcenverordnung, ob ihr das quasi innerhalb des Dings macht, ähm, oder ob ihr das auslagert. Da ist auch die Frage, wie ihr das ja gerade tut. Okay, danke. Habt ihr weitere Fragen? Da kommt gerade noch einer. Äh, wie seht ihr OKRs mit Daily, mit dem Daily-Business-Ansatz? Gerade der Revenue-Department. Okay, ähm, das ist, äh, das Thema Tagesgeschäft oder Daily-Business, ähm, ist generell sowas, was die OKR-Community, glaube ich, ein bisschen spaltet. Ähm, unser Ansatz ist, Tagesgeschäft hat nichts im OKR-Framework an sich zu suchen. Ihr habt Tagesgeschäfte, das müsst ihr machen und das ist wichtig und das muss euch transparent sein, das kostet auch Ressourcen, das muss euch klar sein. Ich würde es aber nicht in die OKRs reinpressen, weil die Logik einfach falsch ist. Ähm, OKR ist vor allem dafür da, um komplexe Sachverhaltungen zu machen. Und das ist wichtig. Das ist wichtig. Das muss euch transparent sein. Das kostet auch Ressourcen. Das muss euch klar sein. Das heißt, meine Empfehlung, macht euch ganz klar Transparenz. Wie viele Ressourcen habe ich eigentlich für meine OKRs zur Verfügung? Bzw. ist das ja auch eine strategische Entscheidung des Unternehmens, zu sagen, ich investiere so und so viel Zeit im Tagesgeschäft. Im Endeffekt meine Cash-Counts abzumelken und umzusetzen. Und ich investiere so und so viel Prozent in das Thema strategische Entwicklung, neue Themen, neue Produkte, Baby-Cash-Counts ranzuziehen. So, ja, von der Idee. Und daran würde ich mich dann orientieren. Das heißt, ich würde erst Priorisierung, strategische Entscheidung, wie viel Prozent, wie viel Prozent hier, wie viel Prozent da. Und dann zu sagen, wir haben so und so viele Kapazitäten für OKRs und daraus leiten wir uns das Ganze ab. Das heißt, Transparenz machen, aber trennen. Und nicht versuchen, okay, ich presse jetzt mein Tagesgeschäft in OKR-Framework rein, weil das bedeutet, bedeutet ziemlich einen Hirnschmerz. Und den würde ich gerne vermeiden. So, wenn ich euch das Tipp mitgeben darf. Ein Satz vielleicht noch dazu. Ja, genau. Ein Satz vielleicht noch dazu. Schaut euch mal das Thema Value-Streams und Wertströme an. Bei OKR ist im Endeffekt ja dafür da, neue Geschäftsfelder, neue Projekte bestmöglich hinzukriegen. Und Value-Streams ist ja dafür da, das Tagesgeschäft auch zu optimieren, um im Endeffekt mehr Ressourcen frei zu haben für OKR. Das heißt, diese beiden Frameworks gehen sehr, sehr, sehr gut ineinander über. Also zum Beispiel, wir hatten es vorhin von Safe, ist ja das neue Safe 6.0 reingekommen. Die haben es auch noch mal mehr verzahnt im Richtung der Business Agility. Also da würde ich euch empfehlen, schaut euch noch mal so ein bisschen das Wertstrom oder Value-Stream-Konzept an, um Tagesgeschäft zu optimieren und mehr Ressourcen für OKR zu haben. Danke für die Frage, die auf die Antwort hingeführt hat. Denn das ist genau die Diskussion, die ich gerade führe, dass ich eine Vorgesetzte habe, die genau das jetzt angesetzt hätte. OKR für unser Daily Business im Sales. Und ich glaube, jeder kann sich vorstellen, wo das landen wird. Und das war meine Sorge und mein Argument, dass ich nicht glaube, dass das der richtige Weg ist und das richtige Mittel. Es gibt andere Bereiche, wo ich das sehe, aber dort nicht. Insofern danke für die Frage. Das war jetzt Wasser auf die Mühle. Gerne, gerne. Also generell so das Thema OKR und Vertrieb oder OKR und Sales ist eh nochmal eine Versonderheit, weil Vertriebler ja auch häufig Persönlichkeiten sind, die sind sehr, sehr gut in dem, was sie tun, sind aber eher so meist Lone-Wolf-Charakter, so einsame Wölfe in der Steppe. Und da hat OKR häufig einfach noch von den Persönlichkeiten einen anderen Charakter, dass man das halt nur nutzt, um quasi zum Beispiel gemeinsam neue Produktportfolios oder Kampagnen zu bauen, aber die alleine ihr Tagesgeschäft machen lässt oder im Hintergrund im Endeffekt die Infrastruktur verbessert. Aber das einzelne Tagesgeschäft würde ich da erstmal nicht antatschen. Danke. Okay, André bedankt sich noch für die Erklärung zu SAVE und fragt noch, würdet ihr sagen, ein OKR-Workshop mit einzelnen Teams oder Planning von mehreren Stunden wäre dann sinnvoll, wenn wir in SAVE arbeiten oder sollte man das Lina gestalten? Vielleicht mal André die Frage, was ist denn dein Ziel, warum ihr OKR einführen wollt oder potenziell in SAVE haben wollt? Genau, er schreibt im Chat, kommt von oben, also eine klassische Vorgabe aus dem Management. Okay. Ich würde an der, also ich meine, wenn es von oben kommt, hast du jetzt erstmal so per se wenig Möglichkeiten. Das heißt, du musst ja, nehmen wir an, du musst das jetzt wirklich irgendwie machen. Ich würde dann aber nicht hingehen und das komplette OKR-Framework jetzt einfach einführen, sondern ich würde mir eher schauen, hey, wo sind meine Pain-Points, die ich in der Organisation gerade oder in den Teams ganz konkret habe, unabhängig von den ganzen OKR-Frameworkern. Also ich würde wirklich die Teams, literally die Teams fragen, wo brennt es gerade, wo drückt der Schuh, was nervt euch, was ist eine Herausforderung, wo sind die Potenziale? Das würde ich mir einmal anschauen. Ich würde mir schauen, was da zurückkommt und würde das dann nehmen und würde dann mal schauen, okay, was für Teams sind es und wie kann ich die Potenzial mit OKR verbinden? Und dann halt zu sagen, wenn der Case ist, ihr müsst OKR jetzt wirklich machen und ich hinterfrage, das klappt man nicht, gell? Und dann zu schauen, okay, welche Elemente von OKR nehme ich mir raus, um die Pain-Points der Teams, das kann ja auch unterschiedlich von Team zu Team sein, zu lösen. Das mache ich, ich nenne das Ganze auch OKR, ich bediene mich von einzelnen Elementen, lasse aber vielleicht andere Elemente einfach mal hinten runterfallen, nenne es aber trotzdem OKR. Ja, so, das wäre da dann mein Vorschlag, das sorgt dafür, dass von oben ihr der Strategie folgt, es trotzdem allerdings noch so ist, dass die Teams sehr, sehr gut damit arbeiten können, ihr sogar eher Probleme löst und nicht neue Probleme schafft. Aber wie gesagt, André, das ist jetzt gerade so ein bisschen, für mich gerade Glas-Kugelschauen, ohne euren Kontext zu kennen, gell? André schreibt aber, danke, also hat ihm, genau, hat der Impuls wahrscheinlich schon geholfen. Cool. Sehr schön, dann würde ich sagen, ich bin ein großer Freund von Timebox, ich danke euch für die Zeit, ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können aus dem OKR-Lunch, wenn ihr noch mehr Fragen habt, kommt gerne auf mich oder auf die Aileen zu. Und ich habe noch eine Sache für euch, nämlich unscharfe Emojis, neben den unscharfen Emojis, habe ich noch einen kurzen Rabattcode im Wert von 250 Euro für euch, der gilt allerdings nur bis zum 31.15. Wenn ihr selber mal ein OKR-Training bei uns teilnehmen wollt, findet ihr hier, findet ihr in den Slides, also Lunch 23.05.12, das Datum, was heute ist, ganz einfach zu merken. So, in dem Sinne, ich danke euch für die Zeit, ich wünsche euch noch einen wunderbaren Freitag und ein wunderschönes Wochenende. Genießt das gute Wetter und wenn nicht, macht es euch zu Hause gemütlich. In diesem Sinne, und ciao. Danke euch. Tschau. Tschau.